Nein, aus! Wir gehen später aus! Ja Marco, wir gehen später aus! Was? Hat er doch gerade bei mir gesagt? Nein, aus! Wir gehen später aus! Okay. Ja. Sag doch bei dir was anderes gesagt. Aber bei mir hat er gerade gar nichts gesagt. Also... Deswegen... Reveal! Yo! Feuerwehr! Was, yo? Oh, shit! Alter, da haben wir alle eine Granate rein und die werden alle da unten gewiesen. Hast du gesehen, wie er gerade abfahren wollte? Oh, ja. Ja. Der ist aber nicht weit gekommen. Oh, hier kommt der jetzt zwischen den Bussen durch. Scheiße. Die war cooler geplant, als sie letztendlich war. Scheiße, wir haben eine neue Kiste gar nur so. Ach lol! Oh mein Gott! Ich hab das auch gerade erst jetzt gecheckt. Deswegen. Au, au, au! O, au! Oh, ha! Oh, ha! Oh, ha! Oh! Oh, ha! Oh! hat er gerade den namen seiner hunde aufgezählt okay hunde hätte ich jetzt nicht gesagt aber im römischen reich aber da wäre ich jetzt eigentlich auch gelandet bei diesen namen wieso ja bei diesen namen brutus und so weiter ist doch alles das römische reich schon wieder kistenzahn äh ja details hast du jetzt noch überhaupt munition äh wieder ein stummgewehr äh wieder ein stummgewehr die schießen die eigentlich nicht auf uns also bin ich jetzt so ich bin auch mal hier erwartet das magazin ich kann schauen wie noch eins hat mir liegt ein handy naja du kannst du es ja eh nicht geben in den ersten tagen kurz nach dem ausbruch sie haben uns am siebenten mobilisiert und ich habe sie bereits gebracht die quarantäne war bereits verhängt es war absurd zu sehen wie viele aus der stadt raus wollten und niemand vor ihnen es war noch niemand gestorben aber die lage war schon ziemlich angestannt die halbe stadt war infiziert und die andere hälfte hatte viel zu viel angst um noch zur arbeit zu gehen ja ok anstatt 20 habe ich 30 jetzt aber immerhin es kommt aber glaube ich auf die waffe drauf an ja unter anderem oh ein reindeer also ein äh künstliches ach man jetzt ist das licht ausgegangen jetzt ist ein totes renntier 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 rennt um dein lebentier ja rennt um dein lebentier ja das ist aber auch eine geile sitzecke hier so mit mit so einem sessel couch ein paar stühle ja ok das ist auch ein bisschen äh tischee da ist der fernseher aber der kühlschrank ist da siehst du dieses Loch da wir haben mal die chick drauf eingedämpft also die zigarette hier hier das Loch da hier und hier alter das ist ein richtiger raucher hier krass wir sind obdachlos und rauchen gewöhnt euch das ja nicht anders rauchen na muss nicht sein ach ist stürmer fußball nein nicht fußball ich dachte du guckst kein fußball und jetzt kennst du die fachbegriffe davon wenn das fachbegriffe sind war eine hallo ja die kamer ja auch woanders gebrochen nicht nur im fußballbereich da stimmt ja woher muss man eigentlich noch stopp 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 ah aber stell dir mal vor du zockst das alleine ey du brauchst doppelt äh trotzdem doppelt so lange es ist wahnsinn ja du stirbst wahrscheinlich einiges öfter wahrscheinlich ja ja war da hinten liegt noch ein item ein item ein item gibt es dafür auch ein item schon ja iiii item iiii halt immer umschmeißen da alter schwede wie lange geht das noch mit den blöden medikamenten da das geht schon sehr lange okay das könnte aber hier das könnte aber hier aus dem ende sein uuuh klo 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 afd m 233 m oder oder 33 m checkpoint 3 46 meter aber ja da müssen wir es achso ja stimmt macht sinn oder es sind unterschiedlich gestorben seid jetzt finden wir die vor zu tun ok wir sind richtig scheiße position aber hinten die ganze schütze mehr ohne spaß ich hoffe sie haben das im zweiten teil besser gemacht aber sonst glaub ich krieg ein bisschen Rage Oh ja Manu hat mal was gemacht Oh das gab es doch auch vor Spongebob oder? Ja auch ja Ich hab schon wieder eine abgesägte Schrotflinte bekommen Warum krieg ich jetzt die eine immer? Ja aber hab ich auch schon bekommen aber die sind ja mega schlecht Das ist ein bisschen grün bei mir Okay Fuck alter mit was schießt du da rum? Äh Mit meinem Mein Sturmgewehr Oh hallo Steht während der Spezialmunition hab ich grad wieder für mich entdeckt Ja Spezialmoditione Ja Lass mal Farge drücken Du Wichser Oh Ja boi Wie geil war das? Ich bin gezernt 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 Teile gemoddet Jetzt hab ich ihn mit dem Revolver auseinandergenommen So die Frage ist Wo ist dein Gang Das ist die größte Frage. Ah, hier. Ja, das stimmt. Die hängen mal ein bisschen ab, Manu. Oh, lord. Nice. Die hängen ein bisschen ab. Hey, was geht jetzt da ab? Radio. Wie der einfach immer mein Geschütz kaputt macht. So, ich gehe jetzt hinter, hinter dem. Wann, der dreht sich. Es ist auf mich drauf. Easy. Was ist denn das für... Alter. Das Radio oder so? Haha. Der hat mich pack aufgemacht. Was ist denn... Wir haben ja Dinge explosives Geschosse und Handelschosse. Kannst du dir reinmachen in die Waffe coil. Und dann eine halbe Minute, eine Minute. Okay. Yo, alles klar. So was? Trigger Mike! doch aber ich habe jetzt bloß von den videospieler moment oder wäre jetzt wahrscheinlich nie drauf kommen von you play also von obis oft ja boah ich kenne ja du hast es nicht gespielt du kennst es vielleicht naja dann sag trotzdem ok das hätte ich jetzt nicht eigentlich los schießen das gibt es sicherlich noch in den anderen gehen wo ich das jetzt eigentlich hier habe aber egal scheppe machen neue auftrag geschäft mache neue aufgabe da wollen wir den gleich wieder was sagen wir jetzt kurz hin gehe ich kurz auf klo das Da... da... Okay, wir müssen das machen. Ich habe ein Team zur Richtung... Ah, wir müssen das Maus drum. Damit hätten wir das LNB-Netz antapfen können. Das ist da irgendwie nicht. Gut oder so? Kümmern Sie sich um sie. Während die uns ermöglichen, dass zur Abwechslung mal wir das LNB abhören können. Okay. Kletter nach oben. Alter. Oh Gott, keine gute Idee. Eieieieieiei. Eieieieieiei. Da liegt noch einer, aber der ist nicht wach. Ja, der ist sonst wo. Huh. 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 So. Irgendwo hier muss es jetzt sein. Und zwar, na... Kann ich nicht diesen... Na... Strider da haben. Warte, das sind die... Das sind die... Das ist ein Einsatzfahrzeug und nicht mal die Dings gepanzert. Also die Reifen. Alter, der wurde geköpft. Mit einem Spaten. Mit einem Schneeschaufel. Mit einem Schneeschaufel, alter. Ja, mit einem Schneeschaufel. Fuck. Okay, dann bin ich mal kurz auf Club. Ja, mach das.